ja ich bin einfach sitzen geblieben und damit willkommen zur zweiten folge am montag für euch noch mal so ein bisschen ja wie soll man sagen liga recap hier und wir hatten ja heute morgen so ziemlich ohne rathaus 12 jetzt gehe ich mal ein paar etagen tiefer auf mein rathaus 7 auf den frei und ihr seht dass das dörfchen macht sich so ganz langsam und auch hier habe ich liga gespielt also auch mit dem rathaus 7 ihr müsst so ein bisschen eure fühler ausstrecken wo es denn so clans gibt wie diesen hier wie heißt eigentlich for the haste und also for the haste ich dachte jetzt gerade heißt anders und so dass ihr vielleicht mit euren rathäusern auch liga spielen könnte ich meine ich habe heute mal so ein bisschen darüber nachgedacht man kann sich natürlich auch einfach machen man packt einfach seine kleinen accounts in clans wo die viel medaillen holen und wo die viel siege machen dann kriegst du die medaillen natürlich ganz automatisch auch wenn du nicht aktiv mitspiel ist aber ich denke mal die 76 medaillen plus die bonus medaillen glaube ich die ich eben noch bekommen habe ja ich habe noch die bonus der freiheit noch bonus medaillen bekommen also noch mal ich glaube 32 oder so hier in silber vielen dank nochmal dafür und ihr habt es auch gerade gehört derjenige hat mich hier nämlich reingeholt bzw die haben ja einfach ein clan eröffnet so nach dem motto naja hier spielen wir mit unseren kleinen aber so klein waren die gar nicht also das ergebnis ist jenseits von gut und böse und es könnte auch der langweiligste klankrieg hier bei den minis er war sein dem ich bisher gespielt habe aber naja haben wir mitgenommen habe ich ein bisschen praxis bekommen und habe ein paar ck sterne gemacht also ich fand es gut auch wenn ich hier glaube ich jeden tag nur einmal eingeloggt habe schnell mal angriff gemacht habe und dann war ich wieder weg habe noch ein bisschen falsch gespendet zwischendurch sonst also als kleines rathaus kommt kannst du nur mit falsch spenden irgendwo weiter kommen aber das dürfte nicht ganz so laut weiter sagen das mache ich in einigen klaren so nicht bei den großen oder so ab aber er mit meinen kleinen accounts ständig dann wenn nur einer so da ist dann haue ich dem karten paar truppen rein sonst schaffst du ja deine klaren spiele hier nie beziehungsweise nicht die klaren spiele sondern den pass mit dem täglichen spenden aber ihr seht das hier wir haben in der saison hier ich muss mal eben schauen forse heißt 10.500 prozent geschafft zerstörung geschafft das ist 100 prozent zerstörung das heißt wir haben alle klankriege hier mit 45 sterne belegt also das war eine 15 acwl hier und die gegner haben mal so ein bisschen was gemacht mal eher weniger gemacht das war jetzt wirklich also für mich war es hier ultra ultra low ich musste teilweise vierer fünfer sechser angreifen ich glaube ich habe nur gestern im live stream einmal überhaupt rathaus 7 angreifen müssen und der war dann auch noch nicht mal so stark die hat man teilweise auch keine klaren buch und so weiter aber die medaillen haben wir gerne mitgenommen und in den kriegen hier ist es ja jetzt egal wo ich hingehe wir haben halt immer gedreht werden oben auch ein rathaus 12 haben elf gehabt aber die gegner waren hier halt jetzt nie so ultra stark mal sehen ihr seht das hier ich meine 12 sonst starker zwölfer wird hier in der liga gegen so ein zehner gematcht eins auf eins und der crusader hier kann schon ganz nett angreifen um aber gegen so eine base ist es jetzt auch nicht so so wirklich schwierig und so sahen unsere gegner hier halt leider aus ist halt ein bisschen leben in der nächsten liga wird das anders sein wir sind ja jetzt aufgestiegen da treffen wir sicherlich dann auf gegner die schon so ein bisschen an uns rankommen was die rathausstufen angeht aber ich weiß noch gar nicht wie es jetzt mit den ganzen accounts weitergeht in einigen clans habe ich aus der liga recht wenig gezeigt vor allem in den videos mehr dann in den live streams das betrifft zum beispiel die herausforderer da war ich mit dem avatar oder auch beim fc hollywood junior so heißt er glaube ich also auch da diese ganzen kontakte die liefen alle über discord denn gerade wenn die liga anfängt so eine woche vorher dann ist halt großes tuba buba so nach dem motto suche finde wer hat noch platz hier für meinen neuner wer spielt auch mit achtern die liga und so weiter das müsste einfach nutzen das müssen einfach nutzen das nutze jetzt auch immer zumindest mit den accounten mit denen ich eigentlich nie so einen richtigen stammclan habe und das sind noch einige kann ich euch sagen und so kommt man zum liga spielen ist mal ein bisschen mehr stress dann in der woche aber hier war es natürlich einfach zehn drachen gebaut über die bases geflogen und gut war und ressourcen haben mich ja auch nicht interessiert aber so ist dass sie die ganze woche gelaufen und eigentlich egal wie gesagt wo ich in welchen krieg ich auch reinspringe es wurde halt immer gedreiert ich kann auch mal in den fünften hier reingehen ich habe das gar nicht so auf dem schirm gehabt hier diese die liga hier welche wo angegriffen hat aber ich glaube auch der talis hatte immer angegriffen der der mich hier in die truppe hier reingeholt hat lieben dank nochmal dafür und auch lieben dank an die anderen clans wo ich mit den mit meinen accounts ein bisschen abhängen konnte und konnte ein bisschen mit euch liga mitspielen ich bin jetzt bei dem einen oder anderen auch erst mal erst mal so geblieben denn die sind so so mehr oder weniger heimatlos und ich will die jetzt nicht alle immer in meinem community clan parken aber hier geht es mit hox und den den doch sehr mächtigen helden für die rathaus 8 hier in diese base rein einfach die hox hier reingespampt egal ob dann king ist oder nicht den matchen die nachher auch noch um kein thema bevor er denn wieder kalt wird weil ich jetzt zwei aufnahmen am stück gemacht habe aber es geht in jedem fall weiter dienstag mit mit einem video und auch am mittwoch dann wieder abends mitte live stream auf twitch tv also die woche wird sicherlich wieder interessant und wir fiebern ja alle so ein bisschen richtung rathaus richtung neues rathaus hin oder richtung update so will ich mal sagen ich bin wirklich gespannt was da auf uns zukommt und wie groß und mächtig das alles wird gehe ich aber noch mal im detail darauf ein habe ich heute morgen glaube ich schon gesagt das war das auch mal so ein bisschen durchleuchten in den streams gibt es übrigens immer so ein bisschen was zu token token auch im updates und so weiter also ich gebe da auch gerne meine meinung preis was ich von von dem einen oder anderen halte und was ich nicht so gut finde es gab ja so kleinere updates hier die ich übrigens sehr gut finde 1 war ja hier mit dem mit dem scrollen dass man hier unten jetzt den button hat also wenn man hier mal mal nachliest wie waren die denn hier aktiv was wurde geschrieben dann kannst du hier unten jetzt gleich bis wieder bis zum ende springen finde ich richtig also ist eine bereicherung kann man nicht anders sagen ist eine bereicherung und dass einem das clash of clans leben hier immer mal wieder so ein bisschen erleichtert und ich glaube gestern abend hatte ich mein zumindest meinen letzten kampf hier auch noch im live stream und ja das war mein rathaus 7 hier was ich eben gesagt habe aber ihr seht das hier unten drei luftabwehren und ich habe natürlich nur ein 3er king also ich kann ihn nicht zünden der king musste hier muss es hier regeln ich meine 10 10 drachen auf level 2 gegen so eine base die können auch nicht lügen da machen wir uns mal nichts vor und aber mein king hier ich habe dann auch hier vor gesessen habe gefieber gesagt junge kommt du bist du der king also mach es und er macht es damit waren die drei luftabwehren weg also ich muss das ganze auch ein bisschen belächeln ich meine ich weiß nicht warum man solche bases hat einige clans haben sich auch mal wieder gemeldet oder hier angemeldet die eigentlich gar nicht liga spielen die haben einfach irgendwie 15 leute mit reingenommen die teilweise inaktiv sind vermutlich gibt es gibt es die dörfer gar nicht mehr aktiv weil die leute einfach nicht weiter gespielt haben so muss man sagen also es ist ja nicht jeder so aktiv wie wir hier in der deutschen community und ich glaube dass viele wieder mit gefiebert haben hier in ihrer liga und auch mit ihren ganzen charakteren wo sie denn immer zum einsatz kam aber hier naja das war jetzt nicht so dolle und die kleinen kanönchen hier ist noch und die lager jetzt wissen zeitproblem geben können aber ich glaube hier brannte überhaupt nichts an also die ganze woche hier war denn er ein habe ich sicherlich noch für euch gruppe also wie gesagt ich kann ja eigentlich hin und her springen wie ich wie ich so will wir gehen auch mal den ersten rein auch der war glaube ich ganz nett belegt von uns und ich nehme mir jetzt mal vier auf vier das müsste ja der andere crusader sein hier das ist rathaus 10 auf 9 ok immerhin gar nicht mal so ein schlechtes rathaus 9 hier sehe ich gerade ich meine das design ist natürlich ist eine farm base aber mit so ein bisschen umgebauten lagern so dass die drachen hier ein bisschen was zu tun haben aber ich glaube auch hier als ja das ist überhaupt kein ding als rathaus 10 dann hier das ganze runter zu dippen und da ist auch egal ob da jetzt ob da jetzt eine queen ist oder nicht wie gesagt die klaren sie hatten teilweise keine klaren burg warum auch die hat ja irgendjemand hier rein gemeldet und der hat sich dann auch gedacht naja jetzt kriegen wir richtig ein richtig ein reingewirkt ich meine nächstes mal sind sie wieder in der liga dabei in der gleichen liga es gab ja dann ja doch der ein oder andere clan hat dann ja doch gekämpft und sonst kommt ja kein zweiter dritter achter zustande also irgendwas ist ja dann ja doch passiert aber ich glaube mein selbst mein kleines dorf ist diese woche nicht ein einziges mal angegriffen worden und das spricht schon für diese liga hier also ja vielleicht war es die langweilste liga die ich bisher mitgemacht habe oder die unspektakulärste aber wie gesagt nehmt die medaillen mit eure fühler ausstrecken so dass eure charakter irgendwo unterkommen also wie gesagt bei uns im discord ist immer regis treiben wenn die liga denn losgeht aber es ist auch so immer ganz ganz nett nettes treiben besuche finde möchte mich verändern suchen neuen stammclan und 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 also nachdem ja der global weggefallen ist und uns die drei zeichen die man setzen kann eigentlich uns nur ein vorgaukeln lernst du die leute glaube ich über solche medien dann noch mal ein bisschen besser kennen teilweise auch in den live streams ich habe da nie was gegen muss ich sagen dass bei mir in den live streams dann die leute fragen kann ich hier werbung für mein clan machen oder kann ich hier suchen kein thema habe ich nie was gegen dafür sind dann die streams ja manchmal auch da um halt ein paar neue leute kennenzulernen oder um sich ein bisschen zu verändern aber hier dass das grüne schon krass dass das grüne schon krass ich weiß gar nicht ob wie lange uns das grün jetzt verfolgt wir sind ja jetzt in der silbernen liga ne warte mal in welcher wir sind jetzt silber league 2 und ich weiß gar nicht ob sich die farbe dahinter verändert aber dieses grüne schon das grüne schon ziemlich grün keine frage und bei den anderen clans also herausforderer kann ich euch leider nichts mehr zeigen da ist die uhr jetzt schon abgelaufen beziehungsweise da hat jemand schon einen neuen klankrieg gestartet und in den anderen clans habe ich immer relativ viel in den live stream gezeigt da müsste dann halt in den live streams zurückspulen oder müsst euch die noch mal anschauen da habe ich immer so ein bisschen was gezeigt ist es auch mal es ist auch für mich nicht immer ganz einfach jedem gerecht zu werden und oftmals spiele ich so wie ich es dann will und nicht wie es gerne von mir gewünscht wird sage ich mal klar wenn jemand bei uns im klaren ist im herausforderer und er hätte gerne mal seinen angriff gezeigt weil er halt so toll ist und ich zeige ihnen jetzt doch nicht da muss man ja nicht da geht ja die welt nicht unter und auch hier habe ich euch jetzt drei vier gezeigt gestern abend noch mal im live stream hier auch schon auch mal so ein bisschen was gezeigt was hier was hier so ab ging so läuft das in der regel auf diesem kanal zumindest ich hoffe das stört euch jetzt nicht ganz so derbe also wir sehen uns noch am dienstag und am mittwoch dann wieder im live stream ich hoffe ihr seid mit dabei vielen dank wenn euch das video gefallen habt am ende den dicken nach oben abonnieren nicht vergessen und stellt bitte die glocke dann verpasst auch kein video mehr sofern ich denn welche mache aber ich glaube besserung bis dahin tschau tschau euer tuto schleszt ja 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 Vielen Dank.